Das ist El Campeon Misterioso, eine Legende bei Lucha de Carreteras. El Campeon, darf ich dir den Superstar vorstellen, von dem ich erzählt habe? Hihole, das lief ja gut. Was? Das heißt, El Campeon wird dich trainieren, wenn du zeigst, dass du es auch verdienst. Ein Auto steht schon bereit. Du musst das Tempo hochhalten. Lucha de Carreteras geht zum Geschicklichkeit, Tempo und Präzision. Ich krieg das hin. Lucha Libre ist das weltberühmte mexikanische Wrestling und Lucha de Carreteras ist die neuste Evolutionsstufe von Lucha und Rennsport. Wir brauchen also El Campeons Unterstützung für das Festival. Das ist eine Gerade. Jetzt rechts. Links, Kurve, voraus! Mexiko verehrt seine Lucha-Lebel-Helden. Deshalb brauchen wir unbedingt El Campeon-Segen für Lucha de Carreteras. Also, tritt richtig aufs Garth-Pedal! Das reicht locker, um El Campeon zu beeindrucken. Gut gemacht! El Campeon ist bereit, dich zu unterrichten! Felicidades!